Seit Montagabend wird der 6-jährige Bub aus Niedersachsen vermisst. Hunderte Einsatzkräfte und freiwillige Helfer durchsuchen seitdem das Areal rund um Arians Wohngebiet. Laut Polizei reagiert das Kind, das unter dem Asperger-Syndrom leidet, nicht darauf, wenn sein Name gerufen wird. Wir müssen sehr engmaschig suchen, weil wir davon ausgehen müssen, dass er sich von sich aus nicht melden wird. Daher versuchen die Einsatzkräfte mit unkonventionellen Methoden Arians zu finden. Am Donnerstag wurde ein Feuerwerk abgebrannt, weil der Bub dies sehr möge, wie ein Polizeisprecher erklärte. In einem an das Wohnhaus seiner Familie angrenzenden Wohnhaus wurde zudem auf Wunsch der Eltern Luftballons und Süßigkeiten aufgehängt. Die haben es dem Jungen angetan, so der Sprecher der Exekutive. Wildkameras wurden ebenfalls montiert, um den Buben zu entdecken, wenn er sich den Lockmittel nähert. Zudem wurden auch Garagen und Abfalltonnen genau durchforstet. Die Müllabfuhr wurde Freitag abgesackt, Güldeckel sollten geöffnet werden. Zudem wurden Kinderlieder im Suchareal abgespielt. Auch ein Sky-Beamer kam zum Einsatz, dieser projiziert einen Lichtkegel am Himmel und soll mit den Liedern einen Anreiz für Arians bieten, um diese Orte aufzusuchen. Bislang gibt es wenig Hinweise auf den Verbleib des vermissten Kindes. Wir haben gestern im Verlauf des Abends Fußspuren gefunden, die zu Arians gehören könnten, so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Daraus ergibt sich eine mögliche Richtung, in die Arian unterwegs sein könnte. Die Hunde haben eine Fährte aufgenommen. Die Spur führt einen Fluss entlang. Der Bub mag Wasser, daher sei es gut möglich, dass er dem Gewässer gefolgt sei. Ein Tümpel in der Nähe des Flusses wurde mit Tauchern durchsucht, allerdings ohne neue Spuren ans Tageslicht zu bringen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und der eher leichten Kleidung Arians sind die Einsatzkräfte besonders alarmiert. Der Bub trug zwar Pullover und Socken, aber weder Jacke noch Schuhe, als er verschwand. Es wurden auch Drohnen, ein Hubschrauber und ein Tornado-Flugzeug eingesetzt. Letzteres erstellte Wärmebilder von der Luft aus.